Bitch Oh Gott Oh Scheiße Ja Super fast oh mein Gott Alter das wird richtig irre Sag mir nicht, dass das jetzt noch schneller ist Doppelt ungefähr so schnell denke ich mal Nein Du sollst sie nicht sagen Nein das ist natürlich nicht Oh Scheiße Ach das Spiel kann ja gar nichts Mensch Oh Gott ich krieg sogar meinen eigenen Scheiß Ball hier ein Wirds nicht verarschen Yes Komm schon Lol Tromme lol Lol alter what the fuck Lol lol Wow Diese Map ist Scheiße Ich wiederhole Diese Map ist Scheiße Ist sie nicht Doch Ah sie packt Du hast nicht wirklich so ein Scheiß Ding jetzt umgekriegt Nein 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 Komm Alter ist jetzt so wahnsinnig Oh Kacke Oh Gaaaa Nein Steh auf steh auf Yes Gott nein Jetzt Debs Passage Achso Boah ja Mann das gibt's nicht Mann das gibt's nicht Ja Die Lachete hält natürlich über mir an Natürlich Boah willst du mich verarschen Ah Dieses Mikro Es ist so Ah 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 Wow Ah 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 Schon wieder das Ding Be Dreifach rockets Jedes item dreifach rocket Oh gott alles in Dreifach Ey das wird doch so in Nails Spamming Jedes item ist ein Rocket Ja ne dreifach Oh, das fühlt sich jetzt so langsam an. Ich bin da mal weg. Voll scheiße, das Spiel hier immer über langsam und so, ey. Ja, ja. LOL, Alter, what the fuck. Ja, ist voll langsam das Spiel und so. Oh, scheiße. Hast schon recht. Nein. Tschüss. Nein. Oh, oh. Alter, der Spawn ist ja richtig scheiße. Oh, Jan, ich krieg da ne Rakete, habt ihr die Angst? Natürlich, ich krieg da Rakete von Jan. Geil. Das hatte ich natürlich alles geplant, Alex. Hm. Hä? Hm. Oh, Kacke. Crazy motherfucker. Na, Viertelstunde hau ich ab. Das in Ordnung. So, dann wollen wir mal. Dann kann Davey jetzt anfangen, richtig zu spielen. Nee, in der ersten oder Viertelstunde. Damit Alex nicht weiß, wie du du bist. Oh, oh. Oh. Könnt ihr mal gucken. LOL, Alter, was? Was? Nein. Komm, komm. Oh, oh. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Scheiße. Nein. Ach, das gibt's doch nicht. Scheiße. 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 Nein. Oh Gott. Ja. Nein. Das ist schlecht, der Scherz, Alter. Das war jetzt echt bitter, Alex. Ach, was lustig. Kacke. Kacke. Alle voll konzentriertet jetzt. Stimmt, er gar nicht. Oh, ja genau. So, ich gewinne. Stimmt, Davey ist ja das Hühnchen, ne? Raketen. 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 Feuerball. Arschies. Feuerball. Analgewitter. Kacke. Kacke. Bonkers. Oh, scheiße. Nein. Ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix. Kacke. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Oh Gott, Alex, Alter. Meiner, mein Item, mein Item, mein Item. Da kommt noch ein zweites. Yes. Oh Gott, Alter. Ich muss immer meine Hände schreien. Huuuuuuuh. Mwep. 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 Skill Level Expert. Expert. Advanced, Intermediate, Beginner. Ach, die Scheiße. Ach, was, diese Map schon wieder kenn' ich noch gar nicht. Oh Gott, und noch die Spiegel, Alter. Die kenn ich echt nicht. Jetzt kenn ich sie auch nicht mehr. Ich kenn die echt nicht. Fuck you, Biatch. Ach, stimmt. Ich bin nochmal weg. Tschüss. Na, noch bist du doch gut dabei. Schanauze. Loi. Nein, Hüchen. Fuck you. Tschüss, Alex. Ja. Nein. Na. Fuck. Loi. Nein. Loi, ich leb noch. Komm schon. Loi. Nimmst nicht mehr. Biatch. Hui. Oh, der war sauber. Hey. Jetzt kommt. Ach, fick dich. Oh. Hm. Ach so. Neul ist das hier. Puh. Huiuiuiui. Dave will doch nur seinen ollen Ball zünden. Hier, nimm das, Junge. Wir springen auch immer wieder rein, Alex. Ja. Verstehe ich auch nicht. Oh, scheiße, Alter. Sieben Dinger mitgenommen. Nein. 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 Oh, scheiße. Och, alter. Hey, cool. Töten. Töten. Goal. Dave macht das schon. Kannst du mal die Fresse halten. Sorry, ich hab dich aus der Haken. Oh nein, ich hab dich aus der Haken benutzt. Nein. Hast du gar nicht. Doch, ich hab den benutzt. Du hast die. Du hast nur noch umleiten. Ne, hab ich nicht. Also, ich hab den nicht. Na, ja. Neu, jetzt springen wir erstmal wieder. Du guckst auch wieder auf. Oh, es gibt's ja nicht. Robi, vielleicht solltest du demnächst mal kurz auf dein Handy gucken. Gleich, ja. Oh, scheiße, ehrlich. Fick dich. Das geschieht dir recht, Alex. Okay, dann guckst du halt nicht auf dein Handy. Es geht grad nicht. Dir werde ich nochmal was schicken. Yes. Nein. Geh weg mit deiner... Oh Gott. Ja. Yes. Neu, musst du das sein, Dave? Ja. Alles, was ich tue, muss sein. Scheiße. Fuck. Oh, scheiße, komm. Hühnchen, Mann! Hühnchen, Mann! Ach, fickt euch. Scheiß Stelle hier. Ja, lass mich ruhig zurück im Haus. Das ist irgendwie immer dein Todesurteil, kann das sein, Dave? Ja. Schon ein wenig. Ach, scheiße! Mann, Robi, da liegen noch Sachen rum. Da musst du doch wissen. Ja, besonders, die haben ich schon dreimal gekriegt, die scheiß Dinger. Kacke! Du bist ein Penner! Loll! Du lebst! Nein. Loll! Aber zum Glück hast du den Haken eingesetzt, Alter. Ich dachte... Du hättest die jetzt noch einsetzen müssen. Ich wusste nicht, dass ich da stehen kann. Loll, was war denn das, Dave? Cool. Schnelle Runde. Oh, nein! Doch! Ja, das Rauschen erinnert mich immer an Terminator 4, an den Anfang, ey. Der war voll gut. Nie gesehen. Der war auch nicht. Dann solltest du das tun. Alter, den habe ich übel aufgeguckt, Junge. Bestimmt hast du dir nur irgendeine Polenversion reingezogen und da hat es die ganze Zeit gerauscht. Habe ich auch. Komm, wie noch? Das war schon ne russische, das war schon ne russische, aber es ist, äh, also die war trotzdem, trotzdem original, original russisch. Original russisch. Kacke! Original gefälscht. Oh Gott, oh Gott, ist das knapp gerade. Oh Gott. Das war ne originale Fälschung. Achso, ein gefälschtes Original. Nein. Nein, originale Fälschung. Hör doch mal zu, Robert. Ja, du hörst überhaupt nicht zu, Alter. Du guckst nicht auf Handy, hörst nicht zu. Dann. Ja, du bist ein ganz schöner Asi, Alter. Ha, fickt euch, ich hab's, Alter. Scheiße. LOL, ich hab auf F gedrückt und er macht ne Pose. Sag ich ja. Shit. Sieg. So, jetzt kannst du endlich auf dein fucking Handy gucken. Ah, wo geht denn das? Ach hier. Ja, gucken wir mal. Oh, ich hab ne E-Mail. YouTube, neue Aktivität. Ach, die meine ich nicht. Hey, da steht aber neue Aktivität zu ihrem Video. Dave, Bild. Nein. Pardon, nein. Auf die Reaktion hab ich gewartet. Was ist das, Teufel, Alter? Ich glaub, ich ess jetzt mein Mikro und dann macht er das wirklich, ey. Natürlich. Ich hab ja noch 10 Sekunden. Kann ich ja nochmal checken hier schnell, wie das aussieht. Ich muss bullern. Nein, ich will nicht meinen E-Mail-Anhang vergrößern. Ich will auch nicht meinen Penis vergrößern. Doch, willst du. So, Kinder, es geht los, die nächste Runde. Oh, das ist noch so ein Ding, wo die Raketen vom Himmel regnen, Alter. Dave? Dave? Hallo. Wow. Ja, ja, ja. Ja, ja. Instant. Komm, eine hau ich noch dazu. Neu, ja genau, Alter. Als ob die Aimbot hätte. Wusstest du so noch nicht? Alter, was war das denn? Ich war bei mir noch voll auf dem Bildschirm oben. Und der Herausforderer. Ich weiß nicht, man will welche Map das sind. Dave Bauer versucht sich, gegen den Aids zu behaupten. Oder gegen den Aids. Ja, genau, gegen den Aids. Ach, Mann. Mann. Gegen den Aids. Genau, gegen Aids. Dave Bauer versucht sich, in einem ausweglosen Kampf gegen Aids zu behaupten. Was denkst du, aussichtslos? Bist du verrückt? Oh, kacke. Neu, ja genau. Na aber? Bullshit. Na aber, hallo. LOL. Fuck you. Kacke. so knapp oh ich muss dir da gerade eine nachricht diesmal ist es leider in anderen wie geht denn das bitte lol alex ist raus wie kann alex aus seiner eigenen lobby ich bin rausgeflogen ich frage mich auch gerade ist sowieso jetzt letztes spiel oder ja für mich alter wie ich abgegangen bin alles abgegangen ist na dann leute vielen dank fürs zuschauen haut rein bye-bye